Hallo und herzlich Willkommen zu den Breathing Breaks. Warum mache ich diese Serie? Atmung bedeutet Leben, denn ohne Sauerstoff kann dein Körper nur sehr, sehr kurz überleben. Atmung ist aber auch ein Spiegelbild deines Körpers, deiner Seele und deines Geistes. Denn über den Atem kannst du sehr genau nachverfolgen, wie es dir im Moment physisch, mental und emotional geht. Bist du zum Beispiel stark im Stress, atmest du häufig nur noch hier oben wie in einer Art Hechelatmung, strengst du dich körperlich sehr an, wird dein Atemrhythmus sich verschnellern, weil du mehr Energie für deinen Körper brauchst. Und so kannst du ihm ganz bewusst nachverfolgen, wie es dir im Moment geht. Das Gute ist, wir können das auch umgekehrt nutzen. Denn Atmung ist einer der wenigen Prozesse im Körper, der zwar sowieso passiert, aber den wir auch aktiv und bewusst nutzen können. Und wichtig noch zu sagen ist, dass es keine richtige Atmung gibt. Jeder hat seinen ganz individuellen Atemrhythmus, wie dein persönlicher Fingerabdruck. Von daher kein richtig oder falsch. Was allerdings viele von uns verlernt haben, ist die gesamte Lungenkapazität wirklich zu nutzen. Viele von uns atmen nur im Brustkorb und dadurch nutzen wir nur einen Teil der Lunge. Während wir wirklich, wenn wir tief in den Bauch atmen, viel mehr Volumen, viel mehr Luft aufnehmen können. Ein paar Zahlen dazu. Normalerweise atmet ein Mensch ungefähr zwölf bis fünfzehn Mal pro Minute. Und wenn du eben nur in diesen oberen Teil der Lunge atmest, nimmst du ungefähr einen halben Liter Luft auf. Wenn du allerdings bis in den Bauch tief deine ganze Kapazität nutzt, kannst du bis zu zweieinhalb Liter Luft aufnehmen. Was eindeutig mehr Luft und damit auch mehr Energie für deinen Körper ist. Deswegen möchte ich dir in dieser Serie verschiedene Atemtechniken vorstellen. So dass du eine Beziehung zu deinem Atem aufbauen kannst. Dass du lernst, wie er funktioniert und wie du ihn steuern kannst. Und gleichzeitig auch, dass du deinen Atem ganz bewusst einsetzen kannst, um in Zukunft deinen Alltag zu meistern und voller Energie und Kraft dein Leben zu gestalten. Viel Spaß damit!